Herzlich Willkommen zurück in einer neuen Folge Oh, Vorsicht da kommt jemand Oh, mit mir I zu dem Z und Marcel mit dabei Kommt da was Großes? Ne, das ist hier so ein leichter Aber dahinter ist direkt noch einer Weiter, weiter, weiter Ja, ok Vorsicht, nicht, nicht, warte, warte Ja, ja, ok Jetzt mal abchecken, ok Ok, ok Wir müssen wahrscheinlich da hoch, oder? Ja, wird ja auch markiert, ok Hier so hin, klingt meiner Meinung nach ganz gut Hier gibt's Geld Geld, 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 Geld Oh ja, hier ist ein Kommandant der Stufe 2 Ich habe ihn gekillt Oh mein Gott Was denn? Ich wurde fast entdeckt Du bist nicht da, wo ich bin, ne? Ne, ich habe den Kommandanten weggemacht und der Junge bleibt einfach stehen Was machst du? Ich habe versucht zu milien Ist das passiert? Ohhhh Egal, ich habe den Kommandanten weg Es kann auf jeden Fall keine Verstärkung kommen Oh, so ist das Ich glaube alle sind tot Ne, dann wäre das Radar nicht so wie es ist Ich höre doch hier irgendwo noch einen Stampfen Über uns dann Oder hier unter uns Ja, hier Alter Diesel Supersoldat Jetzt Stufe 2 Gegen den hilft nur Das hier Und nicht mal das hilft so wirklich Ok, alter Wo ist der hin? Da in der Ecke So, tot Oh man, ich habe den hier, guck mal Steht bei dir hier der Kommandant auch noch rum? Der liegt da Hier, bei mir? Bei mir steht der noch in seiner Pose Ne, bei mir liegt der Das sieht total weird aus Ja gut Ok Ey, nice Aber wärst du jetzt nicht gewesen, hätten wir es sogar safe geschafft Oh, guck mal, mach das mal auf Hab ich Und dann? Ah, da war Muni drin, ne? Ah, hier ist nochmal fett Leben Hilfe Oh Gott Oh Oh krass, hier, das können wir hier aufmachen Und dann? Keine Ahnung Ah, hier Oh, hier geht's Wir haben es gefunden So, wie kann ich, wie kann ich das aufmachen? Was denn? Ohne meine Waffe zu werfen Hä? Ganz nah ran dir eine mittlere Maustaste Wenn Dinge in Reichweite sind, wirft der nicht Ah, ok Hä, so easy war das? Naja, wir haben gerade mal Brother One Underground geschafft, ne? Ja, jetzt geht's nämlich erst los Ah Achso, wir haben gerade einfach nur eine zweite Mission gemacht, um einfacher in den ersten Turm reinzukommen Wir haben uns doch quasi viel Zeit gespart jetzt Hm um die Gestapo zu revitalisieren Ein starkes Macht motiver gegen die Berlin-Establishment und die SS Jetzt die Gestapo komplett kontrolliert Paris hopefully nicht für lange Hier sind wir, Brother One Für was steht denn nochmal Gestapo eigentlich? Mädchen, die Hauptentrennung der Bruder 1 ist verletzt. Sie können nur von der Inhalte accessesiert werden. Aber in diesem Bild, sollte dir eine Prisonsentrennung sein. Ich empfehle, dass du es rauskommst. Entschuldigt, Abby? So, unsere Mission, ne? Sollen wir direkt den Outpost machen oder sollen wir noch ein paar Nebenmissionen machen? Wir können Nebenmissionen machen. Dann hätten wir hier noch Investigate the Outpost. Achso, dafür müssen wir aber die Map hier verlassen. Ne, wer ist das denn jetzt hier noch bei uns in der Nähe? Ist das hier bei uns? Ne. Hä, warum wollen die denn alle? Ah, Bruder 1 könnten wir hier machen. Ja, dann... Ja, dann machen wir das jetzt mal, oder? Ach, da bist du. Ja, dann komm. Okay, vielleicht hier außen rum gehen, ist vielleicht sinnvoller, oder? Ja, äh... Wir können ja... Was ist das? Was ist das? Oh oh! Das wird knapp! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, das schießt direkt rein! Lass mich hier... Wie kommen wir hier weg? Wieso geht die Tür nicht auf? Elektro-Kraftwerk, hast du eins? Ja gut, wir müssen den Jungen jetzt bekämpfen, ne? Ja, das war jetzt ein richtiger Gute-Nacht-Move. Ich habe den Kommandanten aber getroffen! Egal! Oh mein Gott, Marcel! Äh... Schaut gar noch aus. Alter! Ah, sein Arm! Sein linker Arm war die Schwachstelle! Sein linker Arm! Okay! Wir können den... Ja, perfekt! Wir können den aber auch im Laufen! Du von der Seite, ich von der anderen! Ja, guck mal, der kann ja gar nichts! Jetzt wahrscheinlich der rechte Arm, oder? Ja, stimmt, seine Arme! Oh, ich werde angeschossen! Jetzt wahrscheinlich hinten! Ja! Alter Falter, ey! Und wo werden wir noch beschossen? Ja, guck auf der Map! Hier, sind doch noch welche! Am Eingang! Äh, und über uns? Ja, über uns! Ach, da auf den... auf der Brücke! Ich bugge, ich bugge, ich kann nicht laufen! Oh, jetzt schon! Okay! Hier oben sind noch welche drauf! Den können wir da nicht mal irgendwie drauf! Hier ist der Leiter! Krass, ey! Wie der aussieht! Das war ein Heavy-Boss-Kampf, ne? Oh, bei Ging eigentlich! Eigentlich war der ziemlich easy jetzt im Nachhinein! Wo ist denn da ne Leiter? Ach, da! Krass, kann man hier auch rein? Ne! Ne! Also wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung wie! Ja, was schießt denn da noch? Oh, ich bin... Irgendwie down! Ah, ne Drohne! Ach, da! Ach, da! Ja, ist weg! Oh, scheiße, ey! Das hätten wir alle so gut stealthen können hier, ne? Das stimmt! So, woher weiß ich jetzt was bei dem jetzt die Schwachstelle ist? Sein Kopf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum stirbt der nicht? Okay, ich bin tot! Warte mal, ich versuche sie zu holen! Mhm! Ich krabbel hier raus! Ja, ist der Kopf, danke! Ey, wie kann man denn so alles so ernst nehmen wie der Junge hier? Okay! Er ist durch mich durchgefahren, Marcel! Nicht sterben! Okay, warte, komm! Warte, warte! Bleib am Leben! Wir brauchen Leben! Wir müssen kurz zum Metro am besten zurück, da gab's noch Leben! Du willst jetzt hier rauschicken, oder was? Ne, das können wir ja noch machen, aber danach brauchen wir... Den super krassen haben wir jetzt, ja! Okay, ich wurde schon wieder von irgendwas gewonnt! Ja! Einfach in einem Sturz weg! Du musst mich holen, sonst ist es generell vorbei! Ja, das ist schwierig, die stehen alle um dich herum! Oh, komm! Ich renn! Okay! Nein, echt jetzt? Ja! Zeh durch! Okay, ich bin tot! Warte, ich komm! Lauf! Ja! Okay, okay, okay! Ey, der kann uns nix anhaben von weiterer Distanz, ne? Oh mein Gott, der schluckt ja alles, der Junge! Lol, hast du ihn grad gewonnt? Ich hab ihn getiltet! Getiltet? Getiltet! Alter, die haben einen Aim! So! Da ist noch einer! Oh ja! Oh oh! Okay! Ich hab ne Idee! Lock die mal hier raus! Warte, ich war grad geklaugt! Lock die mal hier raus! Er kann mich sehen, obwohl du unsichtbar bist! Ja? Lock dich hier raus! Hab ich? Hab ich? Hab ich? Lock dich! Lock die... Oh! Lock dich mal hier zum... Lock dich mal hier hin! Wo ich hinschieße! Ja? Das von dem ist, er läuft nicht so wirklich! Er läuft zu dir die ganze Zeit! Du hast ihn grad geackrot! Nein, nein! Lass die mal hier rauskommen! Oh, die kommen hier nicht raus! Ja! Oh, au, 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 au! Ich glaub ich hab gar keine! Ne, ich hab gar keine! Wo ist er denn jetzt? Da! Aua! Aua! Alter! Oh! 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 Wie, wieso kommt denn jetzt... Was? Oh, Verstärkung oder was? Ja, aber warum? Hier ist ein Dieselsoldat hinter mir! Oh, Mann! Oh Mann! Das Blitzgewehr ist so für'n Arsch, ne? Ich find das Blitzgewehr ist nicht so cool! Okay! Oh, das bist du! Oh Gott, ey! Okay! Dann wollen wir mal gucken, was die können, die Brüder! Hier draußen ist noch was! Ich find's schade, dass man hier nicht so geil stealthen kann, wie in den anderen Wolfenstein spielen! Ich find's schade, dass man hier nicht so geil stealthen kann, wie in den anderen Wolfenstein spielen! Das ist schon irgendwie deutlich verschwert! Äh, äh, hier erschwert! Ich spiel doch auf! Warum ist denn direkter Alarm hier drin? Das ist noch ein Kommandant! Ach kacke! Der ist aber tot! Okay! Der war draußen! Hey, Mädchen! Du bist jetzt in die Gestapo-Prison-Area! Da sollte ein Elevator sein, der dich in die Hauptstadt bringen wird! Schau dich an! Abbie aus! Abbie aus! Hier gibt's Loot? Ja, hab ich schon! Gibt's nicht! Oh Mann! Wie werde ich die Waffe los? Da! Gut, wie bist du da hingekommen? Ach da! Oh, Leben! Oh! Aber auch nur eins, ne? Egal! Oder sind das immer zwei? Weil guck mal! Da sind ja zwei abgebildet! Auch rechts in der Leiste! Ne, ich glaub für jeden einen! Das ist so süß, Abbie! Marcel, das macht gar keinen Sinn! Mit deiner Waffe das aufzuschießen, um dann Munition zu looten! Ich hab das nicht aufgeschossen! Boah, ich glaub hier wird's krass, ey! Ich kann gleich, ich will nur ein paar Upgrades machen, bevor ich da reingehe! Oh ja, gute Idee! Äh, Charakter? So, das Kugel-Ding haben wir ja noch nicht gemacht! Nein, nicht meint! Maske! Ja! Feuerrater! Drum-Magazine! Ja, find more ammunition when looting! Dead! Das brauch ich auf jeden Fall! Kann ich mir schon gar nicht mehr leisten! Geil! Das kostet nur eins! Ne, äh, was anderes! Das hab ich schon, äh, gemacht glaub ich! Oder? Hm! Move faster while crouching mach ich jetzt hier noch! Ja, okay! Das können wir safe machen! Ja, gerne! Das wär geil! Oh, okay! Okay! Ja, das bedeutet, es wird gleich richtig, richtig hart! Okay, warum kommen wir hier nicht durch? Warum kommen wir hier nicht durch? Hierfür bräuchten wir ein Laserkraftwerk! Ich hatte eins da vor hinten gehabt! Ah, wir können hier aber auch hoch springen! Guck mal! Hier! Ich hatte eins gehabt! Oh Gott! Wo bist du hochgesprungen? Ach so! Auf die Lampe! Nee! Ja, hier ist nämlich auch ein Schacht! Alter! Das ist irgendwie nicht so, das ist irgendwie nicht so deins, ne? Ja, ich... Ich... Ach... Nein, du darfst nicht so weit nach vorne sprinten! Stell dich einfach da drunter! Ja, genau! So, jetzt endlich! Ja, ich... Der hat die ganze Zeit sich auf dem Stuhl da... ...so komische Sachen gemacht! Tch! Okay, wir droppen jetzt gleich rein, ne? Hier vor geht's jetzt quasi rein! Lass doch den Cloak rein und so! Ja, okay! So! Ich... Ja! Ist doch nichts! Okay, ist aber alles safe! Ja gut, konnte ich ja nicht sehen, ne? No disk! Hast du ne Floppy disk? Ah, da liegt der halt noch! Floppy disk decode! Oh, Codes wieder! Ja, aber ich glaube, die sind tatsächlich gespeichert! Ja, sind die auch! Das heißt, wir brauchen uns das gar nicht aufschreiben! Oh, yes! Hier ist nochmal richtig dick Loot! Was ist das? Laserkraftwerk... Hier liegt das Laserkraftwerk! Wir können jetzt Türen aufmachen damit! Ach, cool! Endlich! Oh, die schreien schon bereit machen! Ja, wir können es nicht safe machen! Ja, gut, ne? Aber die wissen nicht, wo wir sind! Wir können es safe machen! Willst du? Ja, okay! Siehst du doch! Gute Nacht! Hier! Ich muss mit dem Laser-Kraftwerk auf die schießen. Okay. Da. Okay, und der vielleicht nicht. Aber das macht trotzdem geisteskrank viel Schaden. Ich will das mal ausprobieren. Ja. Ja, nee, das musst du mal bei einem machen, der davon direkt stirbt. Der wird quasi in 1000 Teile... Oh, sorry. Der wird quasi in 1000 Teile. Ich hab keine Munition mehr. Ah, okay, fuck. Oh, ich hab aber hier was. Oh, fuck. Oh, ups. Oh. Ich find den Sound so geil. Okay, perfekt. Das heißt, das Laser-Kraftwerk haben wir jetzt endlich als Waffe zum Tragen. Das ist sehr gut. Ja. Hier oben gibt's sogar was. Ja, hier können wir ein Teil skippen, glaub ich, oder? Oh, nee, es sieht eher so aus wie... Hast du noch ein bisschen Muni fürs Laser-Kraftwerk oder hast du's dabei? Nee, kann man... Ah, ich hab noch. Was machst du denn jetzt denn? Ich bin, ähm... Rähn mal den Gang entlang, spring dann ganz oben hin. Siehst du das? Warte mal, ich komm mal zurück. Achso, ja, ich weiß wo. Aber hier unten gibt's noch irgendwas. Ah, nein, von da kamen wir. Ja, du bist doch da. Bei mir. Ich weiß wo. Hier, die Lampen hoch wieder. Ja, aber hier sind noch, äh... Hups, hier sind noch Missionen lockt. Lol. Hier können wir... Hier ist noch ein dicker, richtig dicke Kiste. Und hier können wir irgendwie nicht rein, weil hier steht Mission Lockt. An die... Kann ich nicht... Hier ist Strom. Ich kann's aber nicht aufnehmen. Ist Munition dafür. Ja, dann bist du vielleicht schon voll. Nee, bin ich nicht. Ich hab gar nichts. Heißt das, man kann das Laser-Kraftwerk jetzt auch upgraden? Ja, tatsächlich. Ja? Weapons... Laser-Kraftwerk. Geil. Okay. Ich bin hier schon mal soweit. Hups. Oh, hier ist's. Jawoll. Sind jetzt die Dinger hier hinten zugänglich? Nee, immer noch nicht. Okay. Mich nervt, dass du für das Sturmgewehr so wenig Munition findest. Oh fuck, das hätten wir sogar stealthen können. Hab ich mich erschrocken! Alter! Oh, der macht mich, glaub ich, direkt wieder weg. Ja, weg hier. Ja, witzig. Oh. Oh, das sind zwei. Ah, du kannst hier oben drüber springen. Auf die Lampen. Können wir alles skippen. Ich bin auf dem Boden, okay. Kriegst du mich geholt? Oh, schwierig. Schwierig, aber... Nee, ich, 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 äh, ich, ich... Nee, alles gut. Bleib oben, bleib oben. Ich hab mich wiederbelebt. Ja, ich hab die beiden schon getötet. Oh, da ist noch einer. Kannst du mir helfen? Ich bin gleich tot. Ja. Ja, ich bin down. Du musst mich holen. Wir haben keine Leben mehr. Oh. Ja, ich geh nach rechts. Du kannst hierbleiben. Fuck, ich bin leer. Ich auch. Er ist down. Okay, alter. Oh, was geht denn hier ab? Alter, liegen hier viel Gedärme und Blut. Oh, hier ist noch was. Oh, ja. Scheiße, das geht jetzt nur mit dem Laserkraftwerk auf. Aber ich hab noch genauer einen Schuss, okay. Ich hab auch noch. Ja, hier ist noch mal eine schöne Kiste. Ja, hier, hier liegt Munition für das Laserkraftwerk. Ja, krass, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Wo denn? Hier, hier, rechts auf dem Tisch. Oh, hier ist auch noch mal eine 3D-Sonnenbrille, ne? Oh, ja. Wir sind tatsächlich jetzt im Kreis. Also sollten wir anscheinend auch. Aber wir sind jetzt wieder hier. Oh, nochmal leben. Boah, ich hab das Gefühl, es kommt ein Bosskampf. Dann würde ich sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr auch erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. Musst du nichts sagen. Ja, tschüss. .